Hey, willkommen zu unserer Online-Gottesdienst. So gut, dass du Zeit nimmst, diese Message zu hören. Und heute gehen wir weiter in diese Serie, das Alte Testament, die große Geschichte, wo wir die Hauptthemen von dem Alten Testament anschauen. Und ich genieße diese Serie. Und heute bringt unser Location Pastor von Syri, Werner, diese Message. Enjoy! Musik 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 Hallo zusammen und herzlich willkommen und ganz einen lieben Gruß an die Leute in Zürich und auch in Luzern. Und wir sind mitten in dieser Serie das Alte Testament, die grossen Geschichten, wo wir uns die grösseren Themen vom Alten Testament, von den ersten Büchern der Bibel, anschauen und auch sehen, wie persönlich sie zu uns auch heute reden können. Heute schauen wir uns eine der Lieblingsstorys der Bibel an, und zwar den Exodus vom Volk Israel aus Ägypten. Ich mag mich erinnern, im Jahr 1998, ich war 13 oder 14, ich weiss nicht mehr ganz genau, aber dann ist der Zeichen-Trickfilm Der Prinz von Ägypten rausgekommen, Der Prinz von Ägypten. Und den Film habe ich geliebt und ich habe den Film, ich weiss nicht wieviel Mal gesehen, und zwar immer wieder, ein paar Mal sogar, zweimal oder dreimal sogar nacheinander und immer gedacht, hey wow, das ist eine mega krasse, das ist eine mega wilde Geschichte, eine wilde Story. Und meine Familie war nicht im Glauben. Und so habe ich irgendwie auf die Geschichte von Distanz geschaut, aber gleich mit Respekt und dachte, hey wow, das ist eine krasse Geschichte. Und jetzt, dass ich mit Gott unterwegs bin und auch glaube, dass die Geschichte wahr ist, dass die tatsächlich passiert ist, hat sie noch mehr Bedeutung bekommen für mein persönliches Leben. Und Tatsache ist, dass das ganze Alte-Destament-Geschichten über Gott und über sein Volk erzählt und auch einzig und allein auf Jesus zeigt, auf unseren Retter und auf unseren König und auf unseren Erlöser. Und der Exodus, der Auszug von den Israeliten aus Ägypten, spielt eine mega wichtige Rolle im Erlösungsplan von Gott für die Menschheit. Und aus dem Exodus könnte man wirklich eine ganze Predigt-Serie machen, weil es gibt so viele Aspekte von dieser Serie. Aber heute werden wir einfach ein paar Teile von dieser Geschichte speziell beleuchten und dann auch daraus ziehen, was sie für uns bedeuten. Der Exodus wird von Theologen als die Geburt der Nation Israel angesehen. Etwa vier Fäuftel von der Thora, das heisst von den ersten fünf Büchern der Bibel und ein Sechstel vom ganzen Alten Testament erzählt von dem kurzen, aber mega wesentlichen Abschnitt in der Geschichte von Israel. Das heisst, für die Juden hat der Exodus eine entscheidende Bedeutung. Und der Exodus findet statt in Ägypten. Das war ein sehr zentraler Ort für das Volk Israel. Nach dem Abraham, wie wir letzte Woche gehört haben, ist dann der Isaac gekommen. Und nach ihm ist der Jakob gekommen. Und der Sohn von Jakob hat Josef geheissen. Und er endet in Ägypten, nachdem er von seinen Brüdern verkauft wird. Und Gott brucht ihn nach einer krassen Geschichte von Demut, von Glauben, von Ausdauer. Er brucht ihn, Gott brucht ihn, um Ägypten und auch Israel oder die Israeliten von der extremen Hungersnot zu retten. Es ist auch in Ägypten, wo Demose, wie wir sehen, das Volk Israel von Sklaverei und Unterdrückung rettet. Und es ist auch in Ägypten, wo Jesus als Baby mit seiner Familie Zuflucht sucht und um die Grausamkeit des Königs Herodes zu entkommen und auch um Jahre später seine ultimative Absicht zu erfüllen, nämlich als Kreuz zu gehen für die Menschheit, um sie zu retten. Von der Macht der Sünde und von der Macht der Zerbrochenheit. Und sobald wir im zweiten Mose in Mexikus fangen an zu lesen, dann merken wir sofort, dass es ein grosses Problem gibt. Es gibt ein grosses Problem im Volk Israel. Die Israeliten sind Sklaven in einem fremden Land, in Ägypten. Und die ersten zwei Kapitel des zweiten Mose, die erzählen etwa 400 Jahre von Sklaverei. 400 Jahre von Missbrauch, von Leid, von Unterdrückung. Aber wir lesen auch, dass Gottes Volk sich in dieser Zeit auch vermehrt hat. Mit dem Josef am Anfang waren es etwa 70 Leute, die zum Volk Israel gehört haben. Aber wir lesen auch, dass am Schluss von diesen 400 Jahren sind es etwa zweieinhalb Millionen Menschen gewesen, die zum Volk Israel gehört haben. Das ist eine gewaltige Zahl. Generation nach Generation sind sie als Sklaven brutal behandelt worden gewesen. Und es scheint so, als ob Israel wirklich die Hoffnung verloren hatte. Und das führt dann manchmal zu der Frage von uns heute. Hey, wie hätte nur Gott so etwas zu lassen können, nachdem, dass er Abraham verspricht, dass Israel eine Nation wird sein, die gesegnet wird sein und auch ein Sägen wird sein für andere Nationen. Gott hat aber Abraham schon vorgewarnt gehabt, dass genau das passieren wird. Im ersten Mose 15, 13-14 lesen wir, Das heisst, der Erlösungsplan von Gott ist on track. Gott verspricht sogar, dass das Volk wird gerettet werden. Und wir werden auch sehen, wie sich Gottes Willen für sein Volk durchsetzt, trotz allen Umständen. In den ersten zwei Kapiteln des zweiten Mose lesen wir auch, dass der Pharao Angst hatte, dass die Israeliten eine Revolution starten würden, weil es waren so viele Leute. Und darum gibt er auch den Befehl, alle neugeborenen Buben in den Fluss Nils zu werfen, um so das Bevölkerungswachstum ein bisschen einzudämmen. Und genau in dieser Zeit wird der Mose geboren. Aber seine Mutter, seine Mutter, war so mutig, dass sie den Mose in einen Korb tut, sodass er nicht im Wasser ertrinkt und eine Überlebenschancen auch überkommt. Und sie wirft ihn dann in den Nil. Und dann, dank Gottes Gnade, findet die Tochter des Pharao den Korb. Und sie nimmt den Mose und zieht ihn auf. Und der Mose bleibt bei ihr etwa 40 Jahre lang. Oder bis er 40 alt war. Und das heisst, der Mose war ein hebräischer Mann, der in der königlichen Familie von Ägypten aufgewachsen ist. Und er war ein Teil der ägyptischen Elite. Eines Tages dann, als er 40 war, war er im Auftrag vom Pharao auf dem Feld. Und er beobachtet, wie ein Hebräer und ein Ägypter am Streiten waren. Und der Mose wusste, was seine Abstammung war. Und so versucht er auch, den Hebräer zu schützen und ihm helfen im Kampf gegen den Ägypter. Und der Mose bringt ihn um. Und der Mose muss aus Ägypten in die Wildnis flüchten. Und am Volk Israel gleichzeitig ist es nicht besser gegangen. Aber Gott gehört den Schrei von seinem Volk. Im 2. Mose 2, 23-25 Nach vielen Jahren starb der König von Ägypten. Aber die Israeliten seufzen noch immer unter der harten Arbeit. Sie schrien um Hilfe und ihr Schreien drang zu Gott. Er hörte ihr Schreien und erinnerte sich an den Bund, den er mit Abraham, Isaac und Jakob geschlossen hatte. Er sah die Israeliten und kümmerte sich um sie. Das ist sehr wichtig, dass ihr es versteht. Weil alles, was Gott im Exodus macht, ist direkt mit dem Bund, mit dem Abraham verbunden. Es ist nicht willkürlich, nicht zufällig, nicht einfach Barmherzigkeit von Gott, sondern das ist eine bewusste Entscheidung als Teil vom Erlösungsplan für sein Volk und schlussendlich auch für uns. Gott gehört den Schrei vom Volk und er entscheidet sich, den Mann zu brauchen, um sein Volk von der Gefangenschaft von Ägypten in die Freiheit zu bringen. Und das ist der Mose. 40 Jahre ist er in der Wüste, er heiratet, er findet eine Gruppe von Israeliten, er lebt mit ihnen, er arbeitet als Hirt. Und eines Tages, an einem ganz normalen Tag, als er mit dem Schöfchen unterwegs war, wie immer, hat er eine unvergessliche, krasse Begegnung mit Gott, wo sein Leben für immer verändert. Und Gott redet zu Mose aus dem Dornbusch. In 2. Mose 3, 4-5 und Vers 10 lesen wir, als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu schauen, rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Da sprach er, tritt nicht näher heran, ziehe deine Schuhe aus von deinen Füssen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. So geh nun hin, denn ich will dich zu dem Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israels, aus Ägypten führst. Und es gibt unzählige Interpretationen, was das könnte heissen mit den Schuhen. Frag dir Theo in Zürich, wenn du eine Exegese von dem Vers möchtest. Aber ich glaube, es heisst, dass Gott nicht nur unser Freund ist, sondern auch unser König. Nicht ein König wie der Pharao, aber der König von den Königen. Ihm gebührt alle Ehr und Respekt. Es war also ein Akt von Demut, von Mose, seine Schuhe abzuziehen. Und Mose wird dann von Gott berufen, Gottes Volk aus Ägypten zu führen. Und da fängt die eigentliche Geschichte vom Exodus an. Und ich möchte heute einfach fünf Punkte anschauen, fünf grosse Themen, die wir in der Geschichte vom Exodus finden. Und das Erste ist, dass der Exodus eine Geschichte von Identität ist. Wenn du kannst, liss mal diese Woche, wenn du das kannst, im zweiten Mose Kapitel 3. Weil dort finden wir ein Gespräch zwischen Gott und Mose. Und in dem Hin und Her finden wir auch zwei zentrale Fragen, die Mose Gott stellt. Und die erste Frage ist, ist, wer bin ich? Wer bin ich? Wer bin ich, um überhaupt zum Pharao zu gehen und ihm sagen, dass er uns wegziehen lassen soll? Und die zweite Frage ist, wer bist du? Wer bist du, Gott? Weil wenn das Volk mich fragt, wer mich schickt, was soll ich ihnen sagen? Und das sind zwei fundamentale Fragen in unserer Glaubensreise. Wer bin ich und wer ist Gott? Die Antworten auf die zwei Fragen, die beeinflussen die Art und Weise, wie du dich selber siehst, wie du Gott siehst und wie du dein Samenfeld siehst. Alles in unserem Leben, im Da und Jetzt, aber auch in der Ewigkeit, basiert auf die richtige Antwort auf die zwei Fragen. Wer sind wir und wer ist Gott? Und im Gespräch gibt Mose die Antworten oder Gott an Mose die Antworten zu diesen zwei Fragen. Wer bin ich, fragte Mose. und Gott antwortet ihm einfach, ich werde mit dir sein, ich werde mit dir sein. Und das ist so grundlegend für die Art und Weise, wie wir uns selber sehen. Unser Glauben ist definiert durch die Tatsache, dass Gott mit uns ist. Wir gehören ihm und wir können uns selber nicht definieren, außerhalb von Gott. Sobald wir an ihn glauben, ist er mit uns. Wir gehören ihm. Es ist seine Gegenwart in uns, der uns befähigt, das zu machen, was wir berufen sind und den Plan ausführen, den er für uns bereit hat. Unser Glauben befähigt uns, das zu tragen, was Gott uns gibt. Es ist nicht unsere Kraft, sondern es ist Gottes Kraft in uns, die wirkt. Mose sagt ein paar Mal zu Gott, Gott, ich kann das nicht machen, schicke jemanden anderes, ich bin nicht fähig. Und Gottes Antwort war immer, ich werde mit dir sein. Gehen einfach. Wir finden unsere Identität in Gott, in dem, dass wir anerkennen, dass er mit uns ist und immer wird sein. Und dann fragt Mose, wer bist du, Gott? Und Gott sagt einfach, ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich bin. Und sage dem Pharao, der ich bin, hat dich zu ihm geschickt. Und unsere Reaktion mag sein, hä? Hä? Was ist das? Und doch gibt es so viel Power in dem Statement von Gott. Weil was Gott an Mose versucht zu erklären, ist, dass er sich nicht durch eine andere Instanz oder eine andere Person definieren kann. Der Name ich bin, ich bin, zeugt von seinem ewigen Charakter. Er ist. Er ist einfach für immer und ewig. Er ist, wer er ist und das ist, wer er immer wird sein. Und das ist ein Statement von absoluter Macht, von absoluter Kraft und Bedeutsamkeit. Wir Menschen können uns von den Umständen oder von den Emotionen definieren und leiten, aber Gott nicht. Er verändert sich nicht, was auch immer passiert. Und die Antwort von Gott zeigt uns, dass Gott nicht einfach irgendein Gott ist, aber ein Gott mit einer Identität verankert in seiner Ewigkeit und in seiner absoluten Herrschaft. Das ist unser Gott. Das ist, wer er ist, heute immer noch. Und der Mose, Gott denn mit dem Wüsse nach Ägypten zum Pharao und er bittet ihn darum, das Volk Israel wegziehen. 2. Mose 5, 1-2 Lesen wir. Danach ging Mose und Aaron zum Pharao und sagten zu ihm, so spricht der Herr, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen, damit es in der Wüste mir zu Ehren ein Fest feiern kann. Wer ist dieser Herr? antwortete der Pharao. Wieso sollte ich ihm gehorchen und das Volk der Israeliten ziehen lassen? Ich kenne diesen Herrn nicht und ich werde die Israeliten auf keinen Fall gehen lassen. Der Pharao hat das nicht nur uncool gefunden, sondern er hat auch die Unterdrückung vom Volk Israel verstärkt. Und das führt dann auch zum zweiten Thema im Exodus. Und zwar der Exodus ist die Geschichte von Worship. Das primäre Ziel von Gott war, das Volk Israel zu befreien, damit sie wieder in Freiheit Opfer bringen. zu Gott. Wer ehrt wer? Wer bringt wem Opfer? Das sind zentrale Themen im Exodus, die oft auch übersehen werden. Und der Mose sagt Gott dann, es wird nicht funktionieren, vergiss es, Pharao möchte das nicht machen. Und Gott sagt dann einfach, oder ganz einfach sagt, du wirst sehen, Mose. Du wirst so etwas sehen, dass das Volk Israel aus Ägypten führen. Und was nachher passiert, ist ein Megabattle zwischen Gott und dem Pharao. Und der Pharao war der vermeintliche Sohn des höchsten ägyptischen Gottes, dem Sonnen Gott Ra. Und es kommen dann zehn Plagen, unter anderem Blut im Nil, im Fluss, Frösche im ganzen Land, Frösche überall, Hagel, Finsternis, Heuschrecken und so weiter. Und was ganz krass ist, dass jede Plage an einen ägyptischen Gott gerichtet ist. Gott zeigt also seine absolute Macht über allem, was in Ägypten irgendeine Form von Göttlichkeit oder Heiligkeit hatte. Zum Beispiel, die Ägypter haben den Fluss Nil gearbeitet. Gott wandelt dann das Wasser im Nil in Blut um. Die Ägypter hatten einen Gott von der Natur was macht Gott? Gott schickt Hagel um die ganze Landschaft in Ägypten kaputt zu machen. Und Pharao hat die Israelite immer noch nicht erlaubt wegzugehen. Das ist noch krass, oder? Und es ist dann die erste zehnte Plage die die Erwartungen von Pharao komplett übertrifft. Und das ist nämlich der Tod von allen Erstgeborenen im Land. Egal von welchem Alter. auch ein 50-Jähriger hätte ein Erstgeborener sein können. Und Ägypter haben geglaubt, dass der Pharao der inkarnierte Gott Ra ist. Und dass auch der Sohn des Pharao die nächste Inkarnation des Gott Ra werden. Das heisst, der Sohn des Pharao wird auch unter dieser Plage sterben. Das heisst, das Volk Ägypten, das Königreich Ägypten, hat dann keinen Pharao mehr. die neun Plage führen zu dem Showdown zwischen Gott und Pharao. Und Ägypter haben damals geglaubt, was wird der kleine Gott der Sklaven gegen unseren Gott machen. Und so sagt der Pharao, nein, die Israeliten sollen nicht weggehen, sie sollen das Sklaven in Ägypten bleiben. Und was nachher passiert, ist extrem tragisch. 2. Mose 12, 29-30 Und es geschah um Niedernacht, da schlug der Herr alle Erstgeburt im Land Ägypten, von dem erstgeborenen Sohn des Pharao, der auf seinem Throm saß, bis zum erstgeborenen Sohn des Gefangenen, der im Gefängnis war, auch alle Erstgeburt des Viehs. Da stand der Pharao auf in derselben Nacht, er und alle seine Knechte und alle Ägypter. Und es war ein grosses Geschrei in Ägypten, Denn es gab kein Haus, in dem nicht ein Toter war. Es ist nicht einfach, sich so etwas vorstellen. Gar nicht einfach. Aber es zeigt uns etwas Wichtiges über Gottes Charakter. Er kontrolliert jeden Aspekt seiner Schöpfung. Und er wird seine Autorität mit niemandem teilen. Er allein ist souverän. Er kämpft für sein Volk und er bestätigt das immer und immer wieder durch die ganze Bibel. Und zwar dass er der einzig und der einzig wahre Gott ist. Er ist treu zu seinen Versprechen, aber er ist auch treu zu seinen Warnungen, von Zorn und auch treu zu den Konsequenzen. Und Ägypter hatten nicht nur einfach eine Chance, Gottes Volk freizusetzen, sondern sie hatten genau zehn Chancen hatte. Aber sie glaubten nicht an die Macht von unserem Gott, sondern an die Kraft vom Ra, vom ägyptischen Gott. Und für das Volk Israel gab es aber eine Alternative geben, um diese Plage umzugehen. Und diese Alternative führt zum nächsten Thema. Und zwar der Exodus ist eine Geschichte von Vertrauen. Alle Israeliten, die das Blut eines jungen Lamm an der Tür gepfosten, anbruch hatten, sind von dieser Plage vom Tod des Erstgeborenen verschont geblieben. Du kannst dir vorstellen, wenn du in dieser Zeit hast vielleicht ein junges Lamm mit deiner Familie und Kids spielen mit dem Schöfli und eines Tages nimmst du einfach das Schöfli und draussen auf der Strasse schlachten. Du bringst es um. Alle sehen es, weil es ja öffentlich passieren musste. Du nimmst dann das Blut vom Schöfli und schmierst die Pfosten der Türe schmieren. Den linken, den rechten und den oberen. Und deine Kinder fragen dich, was ist mit dir los? Warum hast du das gemacht? Du sagst ihnen einfach, hey, ich habe das machen müssen, damit dein älterer Bruder nicht sterben. und das Lamm stirbt an der Stelle von jemandem in der Familie. Das Blut war links, rechts und oben. Das ist ein Bild eines Kreuzes. Die Israeliten wussten gar nicht, was das bedeuten würde. Hunderte von Jahren später gibt es ein ähnliches Ereignis mit Jesus, unserem Retter, unserem perfekten Lamm. das tote Lamm und das Blut, das sind Bilder, die für immer bleiben. Wir wissen heute, wie die Geschichte in Mexikus endet, aber für sie damals, Generation nach Generation, über 400 Jahre als Sklaven in Ägypten und plötzlich müssen sie das Tier schlachten, das für Ägypter auch heilig war. Das war ein Tier, das ägyptische Gott Rah heilig war. Und dann müssen sie vor allen Leuten das Lamm das Tier schlachten und dann vertrauen, dass sie nicht sterben. Das ist ein krasses, riesiges Mass an Vertrauen, das Gott vom Volk Israel verlangt. Und Tatsache ist, dass die Einzigen, die verschont bleiben, die waren, die das Blut hatten am Pfosten vor dem Haus und Gott auch vertraut haben. Und das Volk Israel bleibt verschont, nicht weil sie bessere Menschen gewesen sind als Ägypter, sondern weil sie vertraut haben, dass das Opfer vom Lamm genug war, um gerettet zu werden. Das ist so ein starkes Bild, das sich immer wieder im Alten Testament wiederholt und für uns heute immer noch bedeutet. Vom Anfang an, der einzige Weg, Vergebung zu empfangen, ist, am Vergeber zu vertrauen. Der einzige Weg, die Versprechen von Gott zu empfangen, ist es, Gott zu vertrauen. Und der einzige Weg, auch gerettet zu werden, ist es, Gott unserem Retter zu vertrauen. Das Ereignis wird bis heute von den Juden jedes Jahr als das Passafest gefeiert. Das ist so ein starkes Bild von Jesus Christus, vom perfekten Lamm, der für uns am Kreuz gestorben ist und nach drei Tagen auferstanden ist, was wir nächste Woche an Ostern werden feiern. Wir dürfen einzig und allein ihm vertrauen, an ihn glauben und von der Macht des Todes gerettet zu werden. Der nächste Punkt heute ist der Exodus, die Geschichte von Errettung. Die Geschichte mit Mose geht weiter. Der Pharao erlaubt es den Israeliten wegzugehen, er ändert aber seine Meinung extrem schnell. wieder. Und so befindet sich dann das Volk Israel am Roten Meer und hinter dran haben sie die ägyptische Armee, die übrigens extrem mächtig war damals und die kam näher und näher und es so ausgesehen als es für sie vorbei gewesen wäre. Das Volk hatte Angst und sie haben Mose gesagt, hey Mose wir haben dir schon vorher gesagt, wir hätten doch in Ägypten bleiben sollen. Schau, unser Gott macht nichts für uns, wir werden da sterben. Mose macht etwas. Der Mose sagt zum Volk im 2. Mose 14 13 bis 14 Fürchtet euch nicht, steht fest und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bereiten wird, denn diese Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr nicht wieder sehen in Ewigkeit. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein. Wir nichts davon abhalten, sein Versprechen zu erfüllen und erteilt das Meer dann. Einige sagen, dass es nur so wenig Wasser war in dem Moment. Andere sagen, dass es nur ein kleiner Teich war und das nicht so schwierig für Gott. Es ist egal, wie viel Wasser es hatte in dem Moment. Es ist egal, wie gross das Meer war. Was wir sehen, was lesen, ist, dass das Volk Israel auf trockenem Land auf die andere Seite des Meeres geht. Gott schützt sie sogar mit Feuer, mit Wolken und Gott schliesst das Meer wieder und die ganze Armee des Pharao ertrinkt im Wasser. Was heisst das in einer dramatischen Art und Weise für Gott sein Volk aus Ägypten? Und der Punkt ist, Gott offenbart sich durch wer er ist. Er offenbart sich auch durch unsere Beziehung zu ihm, durch seine Beziehung zu uns, aber auch durch seine mächtige Daten, durch seine kraftvolle Daten, durch seine Wunder. Das zeigt uns auch, dass Gott alles wird für uns machen, auch heute, was in seiner Hand ist, um uns zu retten, wenn wir ihm vertrauen. Er wird alles in seiner Hand machen, um uns zu retten. Was ich persönlich ganz stark an dieser Geschichte finden, ist, dass etwas unmittelbar nach dem Ereignis passiert. Sie sind auf der anderen Seite, sie sind gerade aus der Gefangenschaft von Ägypten befreit worden, nach 400 Jahren, nach so vielen Generationen. Sie sind gerettet, sie sind endlich frei. Und dann tun sie das, was Gott von ihnen erwartet hat. Und der Grund, warum sie überhaupt aus Ägypten flüchten und zwar sie bringen Opfer und sie loben und sie prieset Gott. Im 2. Mose 15, 1-2 Da lassen wir damals Sangen Mose und die Kinder Israels dem Herrn diesen Lobgesang und sprachen. Ich will dem Herrn singen, denn hoch erhaben ist er. Ros und Reiter hat er ins Meer gestürzt. Der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang und er wurde mir zum Heil. Das ist mein starker Gott. Ich will ihn preisen. Er ist der Gott meines Vaters. Ich will ihn erheben. Das kann auch zu unserem Song sein, zu unserem Lied sein. Und die Hälfte vom Kapitel 15, 2. Mose ist ein Worship Song. Und dann im nächsten Kapitel aber sehen wir, wie sie sich anfangen zu beklagen, anfangen zu motzen gegenüber Gott, gegenüber Mose. Sie vergessen das Volk Israel vergisst, was Gott für sie gemacht hat. Und das ist etwas, das sich immer wieder wiederholt im ganzen Alten Testament. Und sie trauert dann auch der Zeit in Ägypten an. Das zeigt uns das letzte grosse Thema im Exodus. Und zwar dass der Exodus unsere Geschichte ist. Der Exodus ist unsere Geschichte. Es ist so einfach, auf das Volk Israel zu schauen und denken, wow, sie sind gerettet worden, sie haben alles erlebt, eine machtvolle Tat, Gottes Kraft erlebt, mit Gott, krasse Erlebnis mit Gott erlebt, er hat sie gerettet. Und sie sind so undankbar. Sie sind nicht dankbar. Das ist unerhört für uns. Wir können sie einfach aufhören vertrauen und vergessen, wer Gott ist, nachdem so viel passiert ist. Aber bevor wir das machen, müssen wir auch auf unser eigenes Leben schauen. Auch wir sind vergesslich. Auch wir gehen zurück zu alten Gewohnheiten, immer wieder, nachdem wir von Gott gerettet worden sind und sogar Wunder erlebt haben. Wir gehen immer wieder zu der Vergangenheit und schauen zurück. Was sagt Mose aber? Mose hat damals gesagt, schaut auf die Rätung. Schaut auf die Rätung, die noch vor uns ist. Das ist ein Bild, das wir nicht zurück schauen, sondern auf das was Gott für uns bereit hat. Der Exodus, wie auch das ganze Alte Testament, ist die Geschichte der Menschheit. Die Geschichte von Menschen wie du und ich, die ohne Gott durch die Wildnis ohne Richtung durch gehen, im Leben einfach wandern. Wir brauchen Identität. Wir müssen wissen, wer wir sind. Aber auch, wer Gott ist. Wir sind nichts ohne Gott. Und Gott ist unser Herr. Er ist der Herr der Herrschaft. Er ist der König der Könige. Und wir müssen erkennen, dass es einen Kampf gibt, für was wir erheben, für was im Zentrum Leben ist. Wem bringen wir Worship? Nicht nur, wenn es uns schlecht geht, nicht nur, wenn es uns super geht, sondern in jeder Lage sollen wir Gottes Namen erheben, über unserem Leben, über unseren Umständen. Auch wir können Gott vertrauen, im Kleinen, auch im Grossen. Wir können vertrauen, dass Gott seine Pläne in uns und durch uns wird durchsetzen. und auch wir realisieren, dass wir uns selber nicht retten können, dass wir einen Retter brauchen, dass wir errettet werden müssen, dass unser Leben zum Tod führt, aber dank Jesus können wir ein ewiges Leben empfangen und auch wir müssen immer wieder gerettet werden. Der Exodus ist unsere Geschichte. Und wenn du in Zürich oder in Luzern bist, dann kannst auch gerade aufstehen und ich möchte für uns alle beten zum Schluss dieser Predigt. Vater im Himmel, danke, danke, dass du der bist, das dein Volk Israel aus Ägypten geführt hat, mit mächtigen Taten, mit kraftvollen Taten. Danke, dass das Volk dir vertraut hat und auch mit dir der Weg gegangen ist von Vertrauen und dass du treu warst zu den Versprechen, die du am Volk gegeben hast. Und ich bitte, dass wir erkennen, dass wir wissen, wer wir sind und dass unsere Identität in dir verankert ist, in deinem Charakter als ewiger Gott. Vater, offenbar du uns als ein Herrscher, als ein machtvoller Gott, aber auch als unseren Hirte, als den, der uns den Weg zeigt. Vater, dass es einen Kampf gibt in unserem Leben, was im Zentrum soll sein, ich bitte, dass du uns daran erinnerst, dass es das Beste ist, wir machen können, dich im Zentrum zu haben und deinen Namen erheben. Und dass wir auch dir vertrauen im Kleinen wie auch im Grossen, vor allem dass du gute Pläne von Hoffnung von Zukunft für uns parat hast. Und Vater, ich bitte auch, dass dort, wo wir denken oder unsicher sind, dass wir uns nicht retten können, dass wir erkennen, dass es einen Retter gibt und dass der Retter dein Sohn Jesus ist. Und dass wir immer wieder Ehr bringen, nur ihm allein in happening. Amen. Amen. Your goodness is running after is running after me Your goodness is running after is running after me With my back Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So gut, Werner, vielen Dank. Wenn du in Kontakt bleiben möchtest mit uns, dann geh auf unsere Website. Wir haben eine Online-Welcome-Karte oder Formular, die du aussuchen kannst. Und dann senden wir dir einfach monatlich ein Newsletter, dass du up-to-date bleibst mit alles, was uns betrifft als Church. Wenn du geben möchtest, spenden möchtest oder deinen Sehnten geben möchtest, du siehst hier auf dem Screen alle Infos. Und sonst like und subscribe und wir wünschen dir wirklich eine gute Woche. Nächste Woche ist Osten. Wir haben etwas Spezielles geplant. Es ist eine Celebration, ein Highlight für uns aus Gläubigen. Du bist auch willkommen, in einer von unseren Locations dabei zu sein. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.